hallo zusammen und herzlich willkommen zurück im gefecht mit heroes and generals mit dabei wieder der fischkopf und der jack fleischhammer wir starten als nordamerikaner ich habe ein auto in das spiel auto danke sehr minias hier hast du deinen 20 markt du kannst wieder nach hause gehen ja okay und das tue ich jetzt einfach zu mir leidfischkopf wo willst du denn hin ich habe ein bisschen hier geleckt so geil und jetzt neuer plan ist der ist gut hier der hat schon ein paar stunden gespielt der hat hier ein moped b wird eingenommen b ist eingenommen auf die tür links rechts die tür die tür rechts 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 halt drauf da ist er tot super und hier kann ich tut mir leid du musst aussteigen ich bin ausgestiegen ich habe hier turbo weiter drücken worden war blöd aber du hast ihn genommen ja ich habe zwei genommen hier mit stern tarnung aber damit kannst du trotzdem nicht gegen die mauer fahren wie er sie wird auch reingenommen wie schlecht sind wir ich werde jetzt nicht mehr mit dem auto einsteigen weil es einfach keinen sinn macht mit ich steige jetzt mit dem auto ein geil ich fahr mit wir machen aber eine außenrunde wo ist minias komm her da ist er jetzt machen wir hier mal eine außentour leute man hört doch mal auf jetzt diese konzentrationsschwächen die sich hier offenbaren wenn ihr so scheiße sinkt so pass auf jetzt kommt man auch jetzt kommen wir hier links ich habe ein super das war jemand anderes na toll ich bin ich doch da der liegt ja schon doch aber deshalb geblieben war es jetzt fahren wir fahren wir jetzt mit fuß weiter ich komm ja ach so links links hinter uns hinter uns irgendwo hat sie schossen hat sie schon okay ab jetzt bitte konzentration jetzt ernsthaftigkeit da ah shit au mist ey kappen wo seid ihr tot geblieben wir haben abgelenkt mit unserem tod haben wir abgelenkt hey hey guck mal hier hey 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 guck mal hier guck mal hier hey du nicht so laut nicht so laut ich hab ne trompete minias stark ein bin drin minias hast du gut gemacht sehr gut wir fahren jetzt zu jack fleisch c wird eingenommen jungs ja wir kommen wow das ist irgendwie das lenkt im ohr fest oder was ja was was hat er gesagt was hat er gesagt was hat er gesagt was hat er gesagt oh hier vorsicht die sind ja mitten drin genau die liegen da rum oder was alter nicht gesehen nicht gesehen hab ein hab ein hab ein hab ein ist da noch einer ich hab ne granate ne scheiße ich sehe keinen musst du die jetzt werfen ne alles gut es wird nicht mehr eingenommen gut hoffentlich weiter ich wollte noch sicher gehen hier alles im lot da ist noch einer fleischhammer ich schieß achso ich bleib zu fuß es ist mir zu heiß bei euch was sagst du zu heiß ah ich komm nicht oh shit was war das denn trinkst du ich wollt eigentlich jack fleischhammer überfahren ja ich kann mit granate in der hand be careful also wollte ich nicht aber es wäre fast passiert be careful jetzt aber wieder jetzt aber hier jetzt pack mal den spaßziel wieder beiseite oh guck mal hier schieß auf wo ist denn da zurück zurück ich wurde beschossen jungs ich werde beschossen ich bin tot zielfernrohr da ist ein sniper seid vorsichtig ja soviel zur absprache so jetzt aber hier ganz gut immer präzise angeben wo der gegner sich befindet finde ich gut hier da links vor uns steck aber vorher aus hey also hier zum glück nehm ich nicht auf ich fahr nicht bis zum schluss mit hier das kannst du vergessen ja du kannst vorher aussteigen ok du kannst dir doch selber kannst du dir einen ausstiegspunkt aussuchen ankreuzen wo fährst du denn lang naja oh komm schon hey hey wir haben gewonnen wir können ja jetzt hier schneiden und wir machen einfach gleich noch eine Runde hinterher äh ja ja weil wir können das ganze auch überlabern so lange dauert es ja auch nicht oder na doch der springt ja ja genau ah ok bis gleich bis gleich das stimmt übrigens gar nicht gut was ja nicht also bei mir nimmt er jetzt nämlich auch das andere auf ja ok habe ich auch hingekriegt ja ich drücke die kampf berinnen beginn kampf fünf sekunden drei zwei ich bin bereit ja gut ich könnte schätze wartet seit fünf sekunden laufende wartet seit elf was ist da los irgendwas klappt nicht jetzt guck mal das geht noch sehr sehr schnell gut dass wir nicht geschnitten haben hast du geschnitten nein hihihi habe ich nicht minhasis kacken gegangen oder ne ne minhasis da ah gut ich schneid ja nicht also ich nehm ja nicht mal mit auf so jetzt seid mal alle witzig bitte witzig ich red ja nur jetzt hier komm ab jetzt witzig sein fischkopf 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 hat noch den 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 gamescom äh adrenalin stoß in sich fischkopf ja hier 72 minuten einfach mal 72 sekunden so jetzt überquatschen blabbern erzähl mal ein schlach aus deiner jugend kenn ihr die geschichte mit der oma ich glaube meine zuschauer kennen die schon ich weiß gar nicht welche ich mein du weißt gar nicht welche du meinst ne das stimmt ja ok sitzt ein mann beim arzt sagt der arzt ganz ernst gemeint herr müller sie müssen dringend aufhören zu ornanieren sagt er warte herr doktor wieso denn das ich kann sie so nicht untersuchen ja ok ja nicht hier so ein knopf wo du das ding ist halt von 1423 ne ah ja ja ich meine generell ist ja nicht schlecht wenn man acht jahre alt ist oder gerade geboren wird wenn man gerade gibt wieso kann ich nicht starten jetzt ich habe übrigens panzerfäuste hinten in meinem jeep geil hinten in deinem jeep warte jeep warte ne oh wie er fast losgefahren ist der brenner ne also ich bin drauf ne ich finde irgendwie ist das spiel so farblos war das nicht mal mehr ne das war schon immer so irgendwie das war leicht gräulich ja immer geil geil dann tut mir das nicht so weh in meinem auge und dem anderen auch tja jungs ich weiß nicht ich weiß nicht steig ab steigen ja wir holen jetzt c aber ihr geht da rein und ich stehe draußen rum und warne euch auto auto habe ich auch zufrieden von zehn an der waffel der am steuer lebt noch glaube ich ja stimmt hier ist richtig krieg jungs aber ich kann bald starten leute wir kriegen panzer besuch panzer besuch er lebt noch ich starte nicht bei euch wieso wurde der punkt wieder eingenommen von den anderen das kann doch gar nicht sein oh Mist ihr seid doch dort gerade oder nicht ich war da wir sind bei C aber hier ist äh aktuell immer noch oh man action dann starte ich jetzt im auto mit dir sag mal Fischkopf geht dir das genauso das wenn man absolut wie so woop ein bisschen lauter redet dass man sich ab und zu selber hört das hatte ich mal ja das problem ja ne ich hab das bei Jacky ab und zu irgendwas das ist doch auch quatsch der soll ja erzählt doch quatsch willst du mitfahren ach so du hast ein auto dann fahr ich natürlich mit der Kopfhörer auf ah jetzt hab ich's nicht ne es ist nicht immer es ist ganz merkwürdig also ja aber es ist ja jetzt ich glaube es liegt daran wenn Fleisch schon mal gesprochen hat und dann ist das Mikro aufgeregelt und dann wupp und dann weißt du ja dann red doch einfach leiser bitte dann red doch einfach gar nicht siehst du geht hast du mich gehört nein ha 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 ok wollen wir direkt zu O1 ja natürlich hinten rum ja es wird schwierig hier ist ja Krieg wow ich hab jemanden überfahren ich hab jemanden überfahren ich hab jemanden überfahren Panzer das tut mir leid wo ist der Panzer oh von rechts oh shit von überall ich trink die Tür nicht zu nein ich bin tot schaffst du es? oh du bist tot ich lebe noch warum lebe ich nie als einziger oh sprung scheiße das war nicht meine Maus ich bin drin das war dein Schädel auf der Tischkante ich bin drin Leute seht ihr das oben die Anzeige Jack ich komme nimm mich mit wisst ihr was das heißt? wo denn die Anzeige? na dass ich jetzt O1 übernehme krass dann fahr durch der ist tonne durch er hat mich als menschlichen Schutzschild verwendet und dann ist er durch links oder rechts rum bist du er ist grad aus durchgefahren und dann hooooo uhohhhh und ich rutsche immer noch ok mich hat ein Panzer erledigt Leute gut toller plan durchgro 5000 das war ja was war denn das ist ja ganz offen sein digger halt doch mal an ja dann kommt doch mal mit ganz offen hier mit meine panzerfaust du solltest übrigens mal hier was kaufen damit man hier panzerfäuste im ja ich setze mich mal irgendwann an den straßen ran spiel ein bisschen gitarre und vielleicht kriegt ein bisschen zudy hast du kannst du vielleicht die kosten hier 5000 punkte wo wieso ist eigentlich t2 wieder nicht mehr unser das ist doch ich habe jemand erschossen wie krass ich bin ach so da steht ein panzer ich habe wenigstens eben mal schießen können das scheiße ist okay machen wir das jetzt wie machen wir das jetzt steigen bei mir ein aber ich habe panzerfäuste in meinem jeep ja ja und dann stellen wir uns irgendwo hin wo es uns nicht was wie warte wie sie auch hier alle ja jetzt reicht es mir die kiste ist voll mann der fahrer ist voll linie auf rot so da hat ein panzer der feld kann panzer bleiben stehen ich bin mit panzerfass aus panzerfass selbst was ganz aus könntest du mal stehen bleiben bitte wieso denn ja weil ich die panzerfäuste aus dem haus ach so ja gleich schon wieder tot los sind die panzerfäuste raus nehme ich ja ich kann hier keine panzerfäuste nehmen die scheiße genau ist alle der panzer getroffen und der rest ist ja jetzt muss natürlich wieder zurückkommen panzerfäuste holen so läuft der hase ich habe auch noch panzerfäuste der panzer einmal den panzer fahrt jetzt hängt an der durchfahrt aber hinter den enemy lines habe ich ein paar leute genutzt aber eigentlich auch nur ein jetzt gibt mir eine scheiß panzerfäuste scheiß jeep man hunderte tausende was denn ein paar einige zwei bild davon eigentlich waren es anders halb ein blutigkeit ich habe davon gehört keinen getroffen ich habe echt ein sehr gerade frisch gespawnt war habe ich voll zwischen die ohren geschossen da steht übrigens immer noch ein panzer bei c2 ja schön wieso können wir c2 nicht einfach einnehmen das wird es doch viel einfacher machen ja ich habe es ja versucht am panzer vorbei einnehmen meinst du bin hier immer noch alleine hat er scheint dass sie sich bei mir sparen kommt das ist gut oder läuft einer ne der fährt an der fahrrad schwierig direkt am eingang ist ein panzer ich habe ein auto habe ich eigentlich schon erwähnt wie sehr ich panzer habe ja echt jetzt ich hasse krieg ich mag das gar nicht mag auch diese spiele nicht werde ja immer gezwungen ding dong hallo ja hallo hier ist die kriegspielpolizei sie müssen jetzt zwei monate lang durchgängig ein kriegspiel spielen was das ist 40 spielt doch gar nicht mehr jaja genau ich mach das jetzt mal anders ich fahr über den berg das war so einer von diesen fallschirmjäger ne ja ja fallschirmjäger wer denn jetzt der mich doch getötet hat so ich nehme jetzt ein fahrrad ich nehme und gebe aber mehr nehmen weil das ist eher so mein ding er ist blöd und bleibt es auch es tut ihm nicht mal weh ich würde es uns nehmen hallo hier ist ein sniper wow da kommt jemand im berg hoch und ich habe fast über schade oh nein steht direkt vor mir ach dieses spiel dieses spiel dieses spiel da sollte man sich eigentlich konzentrieren also ich bin ja konzentriert ihr macht nur quatsch hier leute das j stage 13 panzer oder na na ha 3 ja taput also gefühlt ach nee das alles das sind alles menschen aber wir haben flugzeug und das stück wir haben flugzeug an der stadt zurück und meine meine position bevor ihr mich wieder anschreit in den kommentaren war auch sehr sehr schlau gewählt das offenste stück fällt was ich finden konnte wo sind wir denn jetzt hier gestartet sind die bei uns am anfangspunkt wir werden sozusagen und überrollt mit dem fuß überrollt gar nicht wollen schwierig ja hier zwei warum nicht ich lege am boden in den dreck dass ich bin amerikaner haben wir anders aufgehört warte mal ist mir überlegen jetzt kommt ein kommen wo rein denn ja wie ich nie verraten habe hätte von vorne ich muss also total auf die leute zum beispiel keinen sinn frontal auf die lappen so neuer plan auto schön ja was hast du hier macht ach wieso bieg jetzt storm ich bin einfach so gestorben außen nichts kein schuss kein nichts was macht ihr denn da mann oder pfeift jemand ich will auch eine mp bike eindecker so jack willst du mit? jo! hast auch ein auto? jo! wir müssen links über den berg ok links berg läuft wo da oben sind feinde wo sind da oben? ach da ich seht ja das ist auch noch ein panzer oder so haben wir nicht auch panzer was brauche ich denn um ein panzer zu fahren in diesem spiel? du musst 25 tage lang durchgängig spielen ohne pause fischkapp ist doof ja aber jetzt noch mal zurück zu meiner frage mit dem panzer nein so schlimm ist es nicht oh oh ich häng fest aussteigen schnell! ähm du brauchst level 3 oder 4 dann kannst du schon mal panzer fahrer werden? jetzt was mir jack erklärt hat wenn du erstmal panzer ausgewählt hast dann kannst du nicht mehr normaler infanterist sein was natürlich richtig scheiße ist wie? also du wirst entweder panzer fahrer oder infanterist ja echt? ja aber ich kann doch als infanterist auch in den... oh panzer du kannst den neuen infanteristen dann machen theoretisch ja stimmt kannst du machen oh typ auf dem fahrrad ok ist mir egal wer pfeift hier? typ auf dem fahrrad ist nicht gestorben typ auf dem fahrrad versteckt sich hinterm baum typ auf dem fahrrad der sich hinterm baum versteckt hat ist tot ich habe mich erwischt typ auf dem leitgrad spinnt ich habe überhaupt gar keinen bock mehr auf diesen scheiß auf dieses spiel ja aber jetzt wir brauchen folgen 20 minuten sind voll tschüss nervig ne aber tatsache ist ja wenn wir noch länger spielen dann wirds besser tatsächlich vorbei jetzt wir können ja auch einfach einen break ankommentieren und machen nicht wirklich einen break sondern tu nur so vielen dank fürs zuschauen tschüss tschüss na denn ja wenn es euch gefallen hat nicht ausmachen nein nicht ausmachen ne wir machen ja weiter nicht abschalten achso ey du abschalten hat der der wollte auf pause drücken scheiße jetzt bin ich mit dem auto gebrochen ey geil da ist ein panzer bei unserer base und nimmt die jetzt ein schön ach cool das ist schön aber warte mal wir können doch tausend sachen machen gegen den panzer warte mal doch nicht warte ich muss kurz überlegen nein nichts dass die granaten auch nichts machen ne das finde ich auch ja du musst ja tatsächlich du musst dir ne granate freischalten die panzerabwehrend ist ja also albern ach also albern ja wie jetzt oh shit die sind in unserem haus als menschen schon ne ist euch klar ne die sind als menschen bei uns im haus wieso trifft er mich auf die entfernung und ich ihn nicht weil du nichts kannst du musst die du musst du musst die ballistik mit einberechnen ne die 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 kugel die wir haben hier ein panzer wir haben panzer wir haben panzer der geht zu c2 wir haben panzer ja ja ein freundpanzer ja und das spiel ist vorbei oh je wirklich das ist ja die ganze folge zu ende ne ja genau es ist total abgefahren wie sich das jetzt trifft so zeitlich und organisatorisch und auch ästhetisch und gefühlsvoll also ich finde das sehr schön dann schaltet beim nächsten mal wieder ein bei heroes and generals wenn wir wieder versagen bis dahin tschüss ich wünsch was tschüss mh scheiß spiel план spiel des